Charles-François du Pérez du Maurier, genannte Maïts, war ein französischer General, der nach anfänglichen Erfolgen im Ersten Koalitionskrieg die Seiten wechselte und Hochverrat beging. Ausbildung und erste Karriere in der französischen Armee Sein Vater war Mitglied der königlichen Armee und sorgte für eine gute und breite Ausbildung seines Sohns. Der Junge setzte seine Studien am College Louis-le-Grand fort und begann 1757 seine militärische Karriere als Freiwilliger bei der Schlacht bei Rosbach. In den späteren deutschen Feldzügen im Siebenjährigen Krieg kämpfte er mit Auszeichnung, aber nach dem Friedensschluss wurde er mit einer kleinen Pension und dem Otto-er-Orialle-Militär-des-Saint-Louis in den Ruhestand geschickt. Geheimdienst und Gefangenschaft Dumaitz reiste dann nach Italien, Korsika, Spanien und Portugal und seine Schriften an Etienne-Francois, Herzog von Scheuzeil über korsische Angelegenheiten führten zu seiner Wiederbeschäftigung im Stab des französischen Expeditionskorps, das zu der Insel geschickt wurde, dafür erhielt er den Rang eines Lieutenant-Kolonel. Danach wurde er Mitglied des Secret du Roy, dem Geheimdienst unter Ludwig XV. 1770 wurde er auf eine Mission nach Polen geschickt, wo er außer seinen politischen Geschäften eine polnische Miliz organisierte. Der Sturz Scheuzeils führte zu seiner Abberufung und etwas später wurde er in der Bastille inhaftiert. Wo er sechs Monate verbrachte und sich mit Literatur beschäftigte, er wurde dann nach zehn gebracht, wo er sich bis zur Thronbesteigung Ludwigs XVI aufhielt. Nach seiner Freilassung 1774 heiratete er seine Cousine Mademoiselle de Broysi, er war aber nachlässig und untreu und 1789 trennte sich das Paar, wobei seine Frau in einem Kloster Zuflucht nahm. Inzwischen hatte Dumaitz seine Aufmerksamkeit dem inneren Zustand seines Landes gewidmet und unter den zahlreichen Denkschriften, die er an die Regierung schickte, war eines über die Verteidigung der Normandie und ihrer Häfen. Die ihm 1778 die Kommandant-Uhr über Cherbourg sicherte, dass er erfolgreich zehn Jahre lang verwaltete, wurde er Maréchal de Camp. Karriere während der Französischen Revolution Beim Ausbruch der Französischen Revolution ging Dumaitz nach Paris, weil er eine Gelegenheit für seine Karriere sah. Und trat dem Jacobiner Club bei, der Tod mir aber aus am 2. April 1791 auf den er gesetzt hatte, war ein großer Rückschlag für ihn. Nachdem er in den Rang eines Lieutenant, General und Kommandanten von Nantes aufgestiegen war, bot sich ihm eine Gelegenheit nach dem Versuch der königlichen Familie ins Ausland zu fliehen, vom Juni 1791, als er durch ein Hilfsangebot an die Nationalversammlung Aufmerksamkeit erregte. Er schloss sich nun der Partei der Girondisten an und wurde am 15. März 1792 zum Außenminister ernannt. Er war wesentlich verantwortlich für die Kriegserklärung an Österreich, der Einmarsch in die österreichischen Niederlande wurde von ihm geplant. Nach der Entlassung Jean-Marie Rolands, Etienne Clavires und Joseph-Marie Servan de Gerbi am 13. Juni übernahm er von letzterem das Kriegsministerium, trat aber zwei Tage später zurück, nachdem der König es abgelehnt hatte, sich mit der Nationalversammlung zu einigen. Nun trat er in die Armee von Nikolaus von Lubna ein und wurde nach dem Sturm auf die Tullerien vom 10. August und Lafayets Flucht zum Kommandanten der Zentralarmee ernannt. Im gleichen Moment ging die Koalition in die Offensive. Dumaits reagierte umgehend. Sein Untergebener François Christophe de Kellermann schlug die Preußen bei Velmi zurück. Und er selbst besiegte die Österreicher in der Schlacht bei Jemappes. Beide Gefechte waren von hoher psychologischer Bedeutung, da Dumaits Truppen, die zu einem großen Teil aus Freiwilligen bestanden, den damals besten Soldaten Europas standgehalten hatten. Gleichwohl waren sie nicht kriegsentscheidend, da Dumaits beide Male darauf verzichtet hatte, den abziehenden Truppen des Feindes nachzusetzen und sie aufzureiben. Dumaits Truppen rückten weiter vor und eroberten am 29. November Antwerpen. Damit war ganz Belgien französisch besetzt. Als der General am 1. Januar 1793 nach Paris zurückkehrte, wurde er mit stürmischem Beifall begrüßt. Seine Bemühungen, die Hinrichtung Ludwigs XVI zu verhindern, über die der Nationalkonvent im Januar 1793 debattierte, machte ihn den radikalen Revolutionären verdächtig. Außerdem befand sich Dumaits im Streit mit dem der Bergpartei zuneigenden Kriegsminister, Jean-Nicolas Pache, der versuchte, die Versorgung der Armeen in einem eigenen Direktorium zu zentralisieren, um den Einfluss privater Heereslieferanten zu beschränken. Die zum Teil enorme Profite erwirtschafteten, von deren Zulieferungen war Dumaits Armee aber existenziell abhängig. Zur Untersuchung dieser Probleme schickte der Konvent im November 1792 den prominenten Jacobiner Georges Danton mit Jean-François de Lacroix, Armand Gaston Camus und Eugene Constant-Joseph César Gossouen nach Belgien, die aber nichts ausrichten konnten. Dumaits sorgte mithilfe der Girondisten Ende Januar 1793 dafür, dass Pache zurücktreten musste. Der Hauptkonflikt zwischen Dumaits und den radikalen Revolutionären wurzelte in der expansionistischen Politik des Konvents, die darauf abzielte, alle Gebiete innerhalb der angeblich natürliche Grenzen Frankreichs zu annektieren. Das Dekret vom 15. Dezember 1792 sah zudem vor, die Inflationsanfälligen Essein hatten in den eroberten Gebieten einzuführen und die dortigen Kirchengüter zu enteignen, Dumaits protestierte. Nach seinen Vorstellungen sollten die Bewohner Belgiens eine eigene Republik bilden und von der Besatzung so wenig wie möglich belastet werden, womit er sich aber nicht durchsetzen konnte. Große Teile der Bevölkerung Belgiens, die man doch eigentlich befreien wollte, begannen sich gegen die französische Besatzung zu wehren. Nach Dumaits Rückkehr fand er das Land im offenen Aufstand vor. Die Hinrichtung des Königs und die französischen Kriegserklärung an Großbritannien und die Niederlande bewogen Dumaits zunehmend, eigenen Plänen zu folgen. Er wollte nun in den Niederlanden eine nicht-jakobinische Herrschaft installieren, dann in Belgien die Selbstverwaltung wiederherstellen und die radikalen Revolutionäre aus dem Land werfen, um anschließend einen Friedensschluss auf der Basis einer Rückkehr zur französischen Verfassung von 1791 auszuhandeln, die eine konstitutionelle Monarchie eingerichtet hatte. Falls der Nationalkonvent sich dem widersetzen sollte, wollte er auf Paris marschieren und den 19-jährigen Herzog von Chartres, den späteren König Louis-Philippe, auf den Thron setzen. Dumaits hatte schon seit Längerem gedrängt, den Krieg auf die Republik der Niederlande auszuweiten. Am 16. Februar 1793 war es soweit. Die französischen Truppen drängen nach Holland ein, am 25. Februar wurde Breda besetzt. Der unerwartet starke österreichische Gegenschlag führte zum Verlust Achens und Lüttichs. Deswegen befahl der Konvent Dumaits solle sich aus den Niederlanden zurückziehen. Der Geheuchte schrieb aber am 12. März einen zornig anmaßenden Brief, der als seine Kriegserklärung an den Konvent gilt. Kurz darauf ließ er die Jakobiner und Saskülotten in Belgien verhaften. In der Schlacht bei Nervinden erlitten seine Truppen am 18. März 1793 eine weitere Niederlage gegen die österreichische Armee. In Paris wurden Gerüchte laut, Dumaits würde mit dem Feind gemeinsame Sache mache, woraufhin der Konvent erneut Delacroix und Danton in Dumaits Hauptquartier in Saint-Arm anschickten, die seine Kriegführung untersuchen und den General zur Rücknahme seiner Kriegserklärung bewegen sollten. Danton kehrte nach einem längeren Gespräch mit ihm am 23. März nach Paris zurück, ohne eine klare Antwort erhalten zu haben, und äußerte erst vier Tage später öffentlich, man solle Dumaits als einzigen erfolgreichen General, den die Republik hatte, auf seinem Posten lassen. Dies trug zu wiederholten Verdächtigungen bei Er stecke mit Dumaits unter einer Decke oder handle aus eigennützigem finanziellem Interesse. Vielleicht kam es ihm auch darauf an, sich mit den Girondisten auszusöhnen. Im Verteidigungsausschuss konnte sich Danton aber nicht durchsetzen, zu viele Zeugen belegten die hochverräterischen Pläne des Generals. Am 30. März 1793 beschloss der Konvent daher, vier Kommissare und Kriegsminister Pierre-Riel de Buurnenville zu Dumaits zu entsenden, um ihn zur Aufgabe seiner Pläne zu bewegen und zum weiteren Verhör nach Paris zu bringen. Der ließ die fünf Männer festnehmen und an die Österreicher ausliefern. Sein Plan, sich ganz Belgiens zu bemächtigen und gemeinsam mit den Österreichern auf Paris zu marschieren, über den er um den 1. April 1793 herum mit Oberst Karl-Marc von Leipirich verhandelte, erwiesen sich undurchführbar, weil viele seiner Soldaten überzeugte Republikaner waren und sich mehrere seiner Offiziere gegen ihn stellten. Daher floh Dumaits am 5. April 1793 mit dem Herzog von Chartres, dessen Bruder, dem Herzog von Mopensia, und etwa 50 Mann in das österreichische Lager bei Mons. Dieser offene Hochfahrer trug in Paris zur Delegitimierung der Girondisten bei, die ihn bis dahin immer unterstützt hatten. Bei der Wahl des ersten Wohlfahrtsausschusses am 7. April erhielt kein einziger Girondist ausreichend Stimmen. Bereits am 3. April erklärte der Wortführer der Bergpartei Maximilien de Robespierre vor dem Konvent den ganzen Krieg als ein abgekartetes Spiel zwischen Dumaits und Jacques-Pierre Brissot, dem Wortführer der Girondisten, mit dem Ziel, die Republik zu stürzen, eh mich Ration. Nun zog er von Land zu Land. Er war wiederholt in Intrigen mit Ludwig XVIII. verwickelt oder in Intrigen, um eine orleanistische Monarchie zu errichten. Schließlich ließ er sich 1804 in England nieder, wo ihm die Regierung eine Pension von 1.200 Pfund gewährte. Er wurde ein wertvoller Berater des Kriegsministeriums in Zusammenhang mit den Auseinandersetzungen mit Napoleon, das Ausmaß dieser Tätigkeit wurde erst viele Jahre später bekannt. 1814 und 1815 bemühte er sich, von Ludwig XVIII. zum Marschall von Frankreich ernannt zu werden, wurde aber abgewiesen. Dumaits starb am 14. März 1823 in der Nähe von London. Sein Name ist am Triumphbogen in Paris auf dem nördlichen Pfeiler in der 3. Spalte eingetragen.